Der Hase im Toaster. So, damit jetzt aber. Herzlich willkommen zu Für Nüsse. Läuft's? Naja, wir laufen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier bei Für Nüsse. Ich bin... Mein Name ist Dirk, der UPS-Fahrer der Liebe. Mein LT nennt sich Klaus und macht ein klassisches Brummgeräusch. Oder so. Das heißt mal wieder Pause. Wunsch nach Bar. Wunsch Hünhausen. Klaus hat heute noch vor der Tür einen leckeren Apfel bekommen von einer älteren Dame. Den isst er jetzt. Wie hieß sie? Er soll mich ewig jung halten. Berndett. Ah, jetzt höre ich auch Stereo. Dirk hat sich wieder den Körper auf Vordermann bringen lassen. Und wie war's? Ja, ganz gut. Bleaching steht. Ich muss jetzt eine Stunde einwirken lassen. Nochmal Öl ausfüllen und dann geht's. Nicht auf Klo in der Zeit? Ja, gut. Das hab ich mir jetzt eh die Woche mal geklemmt. Dafür gibt's ja dieses... Wie heißt diese Dinger? In der Werbung, wo der Typ bis nach Australien in seinem Luftballon fahren möchte. In 80 Tagen um die Welt? Genau, die Werbung für in 80 Tagen um die Welt. Nee, es geht um ein Durchfall. Irgend so ein Durchfallmittel. Wo der Typ sagt, nee, ich kann nicht. Und sie sagt, so. Und dann meint sie, ja, nimm doch hier eine von denen. Und dann sagt er, auf nach Australien! Und du denkst, wie jetzt? Das ist der erste Impuls, wenn man wieder festen Schiss hat. Nach Australien. Naja, beziehungsweise hat gar keinen wahrscheinlich. Das ist ja auch wahrscheinlich das Fernfahrermittelchen, wenn man sagt, okay, ich müsste jetzt durchballern bis nach Genua, aber ich müsste ja mal halten. Ja, oder ich nehme drei Immunium. Gut. Durchballern ohne Durchballern. So. Ja. Zwischendurch immer mehr ein Renni, weil es es zu hoch schießt wieder. Ich würde ja auch sagen, pinkeln ist ja das dringendere Problem. Also du hältst halt mitten in der Fahrt den Löhrers in der Thermoskanne. Da hast du doch bestimmt dann so eine klassische Bettente. Ja, aber willst du das bei 130 auf der Autobahn machen? Die gibt es mittlerweile ausgefertigt wirklich für Fahrzeuge, dass die halt irgendwie die halt mit Klett und hast nicht gesehen, da zwischen den Beinen und natürlich ist das gedacht für Stau, aber ich denke mal, der ein oder andere wird da eh, wenn er den ganzen Tag im Führerhäuschen sitzt, dann wird er halt einfach nur mit so einem lockeren Schlüpper fahren. Ja. Das heißt, der Hering hängt eh rechts oder links am Bein und dann kann man halt auch mit Klett oder wie man das am Bein festkriegt oder mit einem Kabelbinder oder so, hast du dann dir da den so. Also mit Kabelbinder um den Löhres oder ums Bein? Ja, ums Bein, genau. Solitär bis jetzt bei 50, ne? Ja, der Bitcoin ist wieder abgestürzt übrigens. Hört doch auf! Eine Minute reicht nicht gute Laune. Schon zerstört. Zwei Minuten. Ne, das ist ja war jetzt zwischenzeitlich mal. Aber pass auf, wir müssen, Hodel ist jetzt die Devise. Ich habe heute gelernt, warum. Hodel! Nämlich bis Mai 2020. Dann sind wir safe. Ah, ah. Wenn es dann die Welt noch gibt, dann sind wir reich. Das steht nämlich ein Halving an, ein sogenanntes. Kennst du, ich gerade komplett was Hodeln und... Hodel ist HOLD für unsere nicht ruinierten Zuhörer. Du musst immer dranbleiben, auch wenn der Bitcoin mal abstürzt. Wie jetzt wieder? Ja, und was ist HOLD? Das war nur ein Tippfehler. Also HOLD. Du erhältst einfach, bis es bei 100.000 ist. Und dann noch weiter. Und wer hat den Tippfehler geschrieben, dass das so in deinem... Ach, das war mal in irgendeinem so einem Bitcoin-Chat und ist da zum Running-Gag geworden. Ach so, okay. Daher. Ha, 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 ha. Ja, mega lustig. Mega lustig, vor allem für Leute wie uns. Die sich ordentlich festgehodelt haben. Was ist denn das für ein Apfel? Sieht aus wie ein Braeburn. Ja. Mai 2020 steht das nächste Halving an. Und das heißt, die Bitcoins, die du als Bezahlung fürs Minen bekommst, werden wieder halbiert. Halving ist Ernten, ne? Nee, Halving. Wie halbieren. Okay. Also wie ein Halv... Ah, der Harvester oder Harvesting. Halving mit L. Also... Ich meine, aber Harvesting ist doch Ernten oder so. Ja. Und das... Jedes Mal, wenn es anstand, ist bisher der Kurs nach oben gegangen. Ja. Und 2016, das war das letzte Mal, als es so zu einer krassen Rallye angesetzt hat. Das war auch nach einem Halving. Und deswegen sage ich dir, bald sind wir reich. Mai 2020. Ich dachte, wir wollten in Hartkäse investieren. Tragt es euch ins Notizbuch rein. Was ist mit Hartkäse? Genau wie Hummus, immer ein sicheres Ding. Ich dachte, so richtig guter italienischer Hartkäse sei was, da kannst du nichts mit falsch machen. Suchst dir einen leicht trockenen Keller. Brauchst du einen trockenen Keller? Wahrscheinlich. Und dann legst du dir einen Lümmel dahin. Und dann... Das wird schon das erste Problem hier. Dass der Keller trocken sein soll? Ja. Legst du dir ins Regal, du hast ja so viele Freie. Du siehst so ein bisschen aus wie damals bei Alles, Nichts, Oder. Irgendwelche Spiele, die gerade aufgebaut sind, wo du dir irgendwas merken musst. Und ein paar Dinger sind halt noch leer. Deswegen... Also es ist ja mehr leer als voll bei dir. Da kannst du ja auch mal so einen Hartkäse reinlegen. Das soll ja auch weg. Kommt heller von Sinn mit Tschakka-Tschakka und Hugiger und Baller mit einem lustigen Pimmelwitz. Immer lustig, Pimmelwitze. Ja, also... Kannst du nichts falsch machen. Ich wollte gerade sagen, wer der gut vorgetragen ist. Können wir ja nichts für, dass sie gut sind. Was ist da eine Frage? Ich stehe nicht auf dem Schlauch. Das ist jetzt auch ein bisschen thematisch. Passend, ja. Was ist mit dem Norden? What about the North? Gute Frage in dem Punkt übrigens. Was ist mit dem Norden? Es stand ja aus. Man sah ganz klar, sie will alles. Und die andere weiß es. Und dann zum Glück klingelt es an der Tür. Und es klingelt an der Tür, deswegen musste kurz los. Ja. Aber es sah ja ganz klar danach aus, wie sie auch sie eingesäuze hat, mit Hand anfassen und sowas. Und ich dachte, die avanciert, also jeder macht ihr irgendwie eine Wende durch. Und sie macht gerade diese Bitch durch, die sie von wegen, ich will alles haben. Wie sie auch bei ihrem, bei Jon Snow reagiert hat, als er gesagt hat, von wegen, Alter, wir sind Geschwister, 21, 22, das heißt, du bist der Nächste in der Rangfolge. Wo ich nicht von wegen, ach du Scheiße, ist ja ein bisschen... Oh Gott, der hat seinen Pimmel in mich reingehalten und ist mein Neffe. Das ist alles okay. Wobei die Targaryens ja auch unter Bruder und Schwester geheiratet haben. So. Ja, es ist Tante und Neffe noch relativ weit entfernt. Tante und Neffe, ich will ja mal Schwestern sagen. Nee. Es sind beides Schwestern, vor allem Haarlänge her. Jon ist der Bruder, ja, der Sohn ihres ältesten Bruders. So. Den sie auch nie kennengelernt hat. Also so seltsam ist es dann jetzt endlich doch nicht. das Seltsame ist, in der Ahnenfolge hat Jons Großvater Jons Großvater umgebracht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mad King hat Rickard Stark hinrichten lassen. Also mütterlicher Satz und väterlicher Satz. Genau. Das sind seltsame Familienverhältnisse, aber das bringt uns nicht eine beliebte Frage in der Popkultur allgemein. Was ist TikTok? Was ist Tiktak? TikTok, TikTok ist sowas wie, ach das. Ja, ich weiß, was TikTok ist. TikTok ist Epson. Das ist eine Lib-Synchron-App, Plattform, die gleichzeitig so ein Social-Media-Scheiß ist. Und ich habe gelesen, es ist die schnellst wachsende und die beliebteste App ever. 2018 hatte die halt einen täglichen User, Gebrauch im Juni von 150 Millionen. Im ganzen Monat waren es 500 Millionen, hauptsächlich Teenager. TikTok ist, als ob du auf der Trending-Seite von YouTube festhängst. Alter. Tja, das ist wirklich zum Kotzen. Auch die Leute, die da erfolgreich sind, ätzend, alles wirklich total ätzend. Aber, kannst du dich ein bisschen leiser machen? Nicht. Oder generell uns, wahrscheinlich. Ich höre dich halt mörderlaut. Jetzt besser? Jetzt besser? Jetzt höre ich mich gar nicht. Jetzt besser? Ja, so ist es ein bisschen geiler. Der Norden ist ja bedroht von einer besonderen Form der Apokalypse, in der Welt der Popkultur. Wir sind bei Bord. Ja, da gerade. Die immer mal wieder vorkommt. Einer unserer Lieblingsfilme spielt in einer ähnlichen Apokalypse. Manta Manta? Genau, die Til Schweigokalypse. Auch die nicht enden wollende Serie. The Walking Dead. Gittenstraße, achso. Der längste Spaziergang der Welt, wie, glaube ich, der deutsche Titel ist. Spielt auch in dieser Form von Apokalypse. Oder Fear the Walking Dead. Das Prequel. Genau, wo die Apokalypse die Hauptfiguren sind. Absolut unliebsame Arschlöcher. Aber, wie würden denn Dirk und Klaus, die Zombie-Apokalypse überstehen? Auf jeden Fall Zombie-Apokalypse. Auf jeden Fall Zombie-Apokalypse. Ja, aber auch klassische Zombies. Nicht diese Arschlöcher, 28 Days, wir können laufen wie Sau und sowas, sondern da hinten sind sie. Da können wir auch, also wenn wir nach solchen Regeln gehen, da können die Zombies auch schwimmen. Ja. Also das ist, nee. Ah genau, schwimmen können die auch nicht, ne? Genau, langsam schwankende Zombies, ja. Ja, und du musst entweder Kopf abschlagen oder removing the head, destroying the brain. Ja. Um Shaun of the Dead nochmal zu zitieren. Ich glaube, es würde ja bei uns auch, so lustig der Film ist, auch eher in diese Richtung Shaun of the Dead gehen, dass wir merken, okay, wir haben, weiß nicht, bei dir eine Zeigabel, wäre ziemlich dicht dran, aber das mal allgemein erstmal. Ich hab ein Stoßding, mit dem kann ich relativ sicher auf Distanz bleiben. Das wäre erstmal meine nahe Kampfhabe. So ist es ganz gut, ich muss gerade an Hubi denken, irgendwie so ein, wie heißt es, ich glaube so ein Eberstecher oder sowas. Ah, so ein Speer. Genau, so ein langes Speer, wo man dann halt vorne so ein Stoßding hat. Und was ganz blöd ist, es sollte halt nicht irgendwie so eine Zacking, es sollte nicht hängen bleiben, weil der schon immer durch Gehirn, beziehungsweise durch Schädeldecke durch musst und da könnte es ja schnell sein, dass du dann hängen bleibst und dann hast du ja, dann wirst du eingekreist. Genau, das sind ja immer die Fälle, wo dann halt die Nebendarsteller verschwinden, wenn nicht einer, sondern 27 auftauchen und dann ist ja halt auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn du halt so einen breiten Stab, Speer irgendwas hast, erstmal so vier wegschieben, anstatt zu sagen, ich mach ihn nach und nach. Generell ist ja erstmal krass, dass wir davon reden, als ob wir ohne weiteres Menschen, beziehungsweise Zombies, die sehr menschenähnlich sind, umbringen. Wenn es hier nämlich... Es ist ein hartes Leben. Gehen wir mal davon aus, es beginnt gerade, während wir so eine Aufnahme machen, das heißt lokal, das heißt, viele Gesichter kennen wir vom Einkaufen, vom Royal, aus der Lampe, die werden jetzt verwandelt. Zum Beispiel Egbert oder so. Das heißt, Egbert wandelt auf dich zu als sichtbar Zombie. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich optisch ein bisschen anders, aber von einer Gangart ähnlich. Ich glaube, da sind viele einfach sehr ähnlich. Besonders finde ich so eine Kneipengesichter, die du halt echt nur aus der Kneipe kennst und dann plötzlich im pralen Mondlicht würdest du wahrscheinlich, so wie bei Shaun of the Dead, wo du denkst, der gibt halt einfach besoffen gerade einen ziemlich guten Ruckus vor. Wenn ich jetzt, man denke mal an meinen alten Mitbewohner, Sippy, den Bio-Schimpansen, der war ja schon zu 80 Prozent auf dem Weg, ein Zombie zu werden. Also langsam hat er sich aufgelöst, hat nicht geduscht und rocht entsprechend auch nach Verwesung. Mit frischen Tellern weglocken. Dass du da stehst und sagst, hier guck mal, die habe ich abgewaschen. Na, na. Und schmeißt einfach mal einen Teller so in die Spray und dann flump. Das wäre es. Ich glaube, gar nicht verkehrt, wäre tendenziell, wenn wir hier irgendwie rauskämen, ein paar Sachen sichern und sowas, sowas, was man gut kontrollieren kann. Die Strahlauer Halbinsel ist nicht weit weg. Da haben wir halt einen Bereich, den man kontrollieren müsste, aber wir haben halt nicht so von allen Seiten. Die werden jetzt nicht, zum Beispiel Zombies, die zu Zombies geworden sind, weil sie kurz vorm Ablegen irgendwelche Touristen sich doch im Tretput gebissen oder beißen ließen, dann sind die Zombies jetzt ja nicht so, dass die halt dann manövrieren können, sondern sie sind ja ein bisschen wie wir Herrentag unterwegs. Das heißt, sie würden jetzt nicht an der Halbinsel anlegen und uns da gefährlich werden. Das heißt, vom Wasser her wären wir sicher. Aber es ist echt eine sehr breite, selbst wenn du es ganz bis zum Schluss geht, also da irgendwie so ein Wall aus Autos und so, das ist echt eine Arbeit. Ja, also erstens das und auch B, die Versorgung, auch in der Zahl, das ist ja bei World War Z ist das ja so ein bisschen die Sache, auch bei H in der Harder, auch, also eigentlich ist es ein Roman, dann war es ein schlechter Kinofilm mit Brad Pitt, habe ich leider nicht gesehen. Und in Starship Troopers, das ist ein ähnliches Prinzip, auch in der Hardhome-Folge von Game of Thrones, wenn einfach nur genug Zombies anstürmen, also auch wenn sie langsam sind, nach und nach bauen die sich halt eine Rampe aus Zombies. Ah ja, stimmt. Also das ist, man ist halt auch so hinter Gleisen und so. Sie zerfleischen ja auch nicht einander, sie sind ja auch nicht so hungrig aufeinander, weil die halt einfach nicht mehr frisch riechen. Kleine Gourmets halt, wie eine Katze, die fasst ja das Futter auch nicht an, wenn sie schon eine Stunde im Napf lag. Naja, das Gute ist ja bei dir zum Beispiel, wenn wir jetzt wüssten, jetzt im Treppenhaus, die Handwerker gehen halt gerade, drehen halt ab und fangen an, deine Tür zu kratzen und wir merken, hier sind drei, vier, wollen wir da durchrahmen, wie sieht es auf der Straße aus oder wir nutzen hier dein Gerüst. Genau, dann stürzen wir mit 80%iger Wahrscheinlichkeit in den Tod und werden gleich zu den nächsten Zombies. Aber 20% sind sicher. Ja, das haben wir. Also wir gehen jetzt mal von dem genau dem Fall aus. Das ist eine Fünftel, in dem wir überleben. Darkest Timeline. Eine sehr wichtige Sache, die ich halt immer sehe, die wirklich wichtig ist, egal wie heiß und sonst was ist, gutes Schuhwerk. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt dummerweise meine alten, eigentlich nur Nachbarsneaker hier rüber. Das wäre ziemlich blöd, aber das Gute ist, du hast große Füße, das heißt, deine Schuhe würden dir erstmal irgendwie passen. Also Tonschuhe sind, glaube ich, eine gute Wahl. Da kann man ganz gut rennen, die sind robust. Ich würde, glaube ich, irgendwie so eine leichten Militärstiefel wählen. Die KSK hat solche. Sowas. Also genau, es gibt halt die klassischen Militärstiefel, die halt höher sind und robuster. So eine Waffelsohle, weiß ich nicht. Und die Spezialanheiten, die haben ja etwas tiefere, die ein bisschen mehr wie Sneaker sind und eine weichere Sohle haben. Dadurch kann man es halt einfach schneller und agiler. Aber der halt auch fest ist. Das heißt, wo du auch mal gegentreten kannst und du nicht denkst, aua, aua, voll die Laufsohle. Sowas. Weil du bist ja nicht permanent am Laufen. Dann ist halt die Sache, ja, die Kleidung. Dass man halt irgendwie, sehr viele sind dann immer so, ich immer denke, ach, ich weiß nicht, ey, dann schwitzt doch einfach. Aber die sind dann sehr, sehr frei. Der ganze Körper ist und so. Ich habe dann halt nur, weiß ich nicht, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr einpacken. Das heißt, so der erste Biss, wenn er in der Jacke geht. Du hast ja Motorradkleidung. Ja, da müsste ich erstmal hinkommen. Ja. Und die Motorradkleidung, also die ist halt auch echt scheiße warm. Und beziehungsweise am Hals ist die ja nicht frei, weil da ist ja der Helm. Das heißt, und mit vollem Helm, da hörst und siehst du echt wenig. Wie ist es? Ist es vielleicht unser Ziel, sowas wie eine Motocross-Rüstung, also diesen Motocross-Panzer, auf leichtere Kleidung zu nähen? So mittelfristig. Ja, ja, aber das ist halt dann gut gegen Stöße. Ja. Aber du müsstest ja so den ersten Biss erstmal wegkriegen. Das heißt, vielleicht sollst du dir einfach nur so einen Turtleneck-Pulli anziehen oder so. Ich glaube nicht, dass das gegen einen hungrigen Zombie-Biss hilft. Gegen Knutschflecke, ja. Ja, oder du ziehst dir so eine eklige Sachen an, wie auch aus dem Moped-Ding, dass du dir halt so eine Art Lederhals-Tuch rumwickelst. Das heißt, wenn jemand reinbeißt, dann kneift das enorm, aber da kommt er nicht durch. Und nach der Apokalypse können wir uns damit auch in der schwulen Szene wieder blicken lassen. Ja, also die Sache ist, wenn es halt hier starten würde, jetzt in meinen Klamotten, ich habe kurze Hose an, ich habe ein Hemd, gut, das Hemd ist ganz robust, aber die Hose, das könnte echt, okay, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Bilder, außer man geht an schlafenden Zombies vorbei und wird ins Bein gebissen, aber da würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Gut, irgendwie Schuhe würde ich suchen, der Klaus hat bestimmt, neben, du hast ja mehrere Degen, Säbelquatsch, oder? Ich habe diesen einen Degen, das sind die zwei Saigabeln, habe ich, einen Holzstab halt einfach. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja gerne irgendwie so einen Holzstab, der halt einfach stabil ist, also meinen Ratternstab, den finde ich ganz gut. Du hast ja einen Cricket-Schläger bei dir zu Hause. Ja, ich hätte einen Klassiker, ich hätte einen Filmklassiker, dass sie sagen, von wegen, in kurzer Distanz kann ich nur jemanden damit wegstoßen, beziehungsweise gerade stechen und in langer Distanz kann ich richtig klatschen. Der ist ja auch sogar ein bisschen länger als ein normaler Baseball-Schläger, glaube ich. Obwohl, nee, die richtig guten ist ja auch echt lang. Egal. Und den muss man dann halt auch beim richtigen Schwingen, muss man den wie so einen Drachentöter, so mit beiden Händen halten. Aus einer Hand, glaube ich, ich weiß ihn nicht. Den würde ich Gag halber irgendwie, aber den müsstest du ja auch irgendwo mal kurz verstauen. Den kannst du jetzt nicht an den Gürtel klemmen. Das ist halt echt ein langes Ding. Und dauerhaft wird es echt nervig, glaube ich. Also ich würde den, ich weiß nicht, ob ich den nehme oder, aber ein Ratterstab ist halt echt, das ist, das macht ja nichts, wenn ich den halt ein Handgelenk breche. Da würde ich ja nicht sagen, oh, Entschuldigung. mein Handgelenk. Ja, genau. Ich habe ja halt nicht so eine verrückte Sache, die halt stechen und sonst was. Ich habe jetzt auch nicht so ein langes Messer oder so ein, also eigentlich müsste man so ein Bowie-Messer, so ein richtiges Rambo-Ding. Da ist wieder die Gefahr, das ist ja meist gezackt, hat so eine Säge-Seite. so eine Säge-Seite. Und du musst halt immer noch relativ nah ran. Genau, ja. Ja, aber ich meine auch bei so, also bei so, du hast ja die Degen und Schwerte und sowas sind alles einhändige Dinger. Ja. Das heißt, wenn du, und das ist ja eigentlich eine reine Stoßwaffe, die wir brauchen, beziehungsweise müssten die echt scharf sein, dass man sagt, okay, ich könnte da auch Kopf abhauen. Also Zombies in Filmen sind ja auch eher ein bisschen weicher. Ja, stimmt, das sagt man auch. Knochen auch weicher. Ja, also die sind selten irgendwie so hart wie ein normaler Mensch hart. Aber wie gesagt, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, als ob wir relativ einfach einen Menschen, den wir halt kennen, der jetzt verwandelt ist, den wir aber immer noch erkennen als Mensch oder beziehungsweise als den Kanton. Aber genau mit der Einstellung werden Leute ermordet. Ja, aber trotzdem müssten wir ja vielleicht mal kurz über unsere ethisch-moralischen Werte zu sprechen. Würde denn das gehen? Also ich meine, wenn ich jetzt über einen speziell rede, das ist so schwierig, weil dann denken von wegen, du würdest den. Aber wenn ich jetzt, okay, sagen wir nicht Eckbert, aber halt, weiß ich nicht, irgendwie in dem, in dem wir halt immer, zum Beispiel unseren freundlichen DHL-Boden, der halt immer kommt, unseren Namen kennt, der sagt von wegen, hier, ich hab dich probiert, du bist nicht da gewesen. Hier, das Dildo-förmige Paket, Klaus. Genau, wo Fotobedarf draufklebt. Wenn der dann da steht, weißt du, mit dem Paket vielleicht noch in der Hand, aber ist dann halt verwandelt, dann kannst du auch nicht sagen, Mann, doch, du musst, du musst, du hast das, du hast keine Wahl. Ja, aber wärst du so jemand, der so klickt? Ja. Ich bin ja sowieso schon nicht weit davon entfernt. Aber das heißt, das heißt, aber wir, wir wüssten auch ganz genau, das sind Zombie-Merkmale, das sind Zombies, da ist alles tot, keine Chance auf Heilung, auch nicht später. Das ist genau wie mit Undercover-Polizisten, du sagst ihnen, wenn du ein Zombie bist, dann musst du sagen, dass du ein Zombie bist. Ah, okay. Ich habe auch Pfeil und Bogen hier für so mittlere Distanz. Ja. Achso, ja, dann könnte man ja wahrscheinlich erst mal sagen, weil wir sind jetzt erst mal nicht so interessant, wir sind vielleicht auch nicht so laut, das heißt, vielleicht würden die Leute nicht so fort, dass wir hier erst mal drinnen sind und sagen, okay, was haben wir an Waffen? Ja, das ist glaube ich wichtig, so Bestandsaufnahmen. Erst mal gucken, was hat man da. Das ist mir erst mal so, kann ich mit Pfeil und Bogen schießen? Bin ich der Coole mit dem Messer am Rücken? Einen Ausgänger absichern? Genau. Bevor ihr bei euch in der Wohnung erst mal mit dem Kopf tief im Schrank seid, sichert Ein- und Ausgänge. Genau. Da ist ja natürlich die Sache, also ich glaube, Zombies würden hier halt auch über das Gerüst nicht rein, die würden vorher halt durchbrechen und auf den Boden klatschen. Hier ist die Chance ganz groß, glaube ich, dass das Genick bricht beziehungsweise der Kopf dann halt wirklich weg oder zerplatzt. Also weil der Boden ist halt hier, ja, okay, dann würden wir da vielleicht ein bisschen sicher sein. Dann ist die Frage, haben wir ähnliche Waffen? Das heißt, wäre es effektiv als Team, wir würden ja dann beide rausgehen, dass wir sagen von wegen, jemand ist Nahkampfwaffe, jemand ist Distanz, keine Ahnung, mit Bogen. So, wäre das klug oder sagen von wegen, sicher ist es, von der Idee sind wir dann beide gleich drauf, dass wir sagen, beide verschiedene Waffen, aber beide auf Nahkampf. Ich würde sagen, das eher. Und man sichert sich so ein bisschen Schulter an Schulter ab. Zumal du halt nie weißt, was passiert und wenn dann jemand vorrennt und der andere ihn ausgesehen mit dem Pfeil in die Schulter schießt und denkt, sorry, nicht dafür, ich habe doch noch die andere. Neulich war ich mit Dortmund auf der Kirmes, da gab es auch Pfeil und Bogen schießen. Wo ist denn die in der Kirmes? Ach, die war da bei Tegel. Zum Glück ist der Flughafen noch offen, richtig gut für alle, die hier wohnen. Und ich kann einigermaßen mit dem Pfeil und Bogen umgehen, aber so hundertprozentig würde ich mir auch nicht trauen in einer ganz knappen Situation. Und das ist ja überall, Treppenhaus, irgendwas fällt runter, dass du halt immer sagst, okay, so ein Stoß. Ja, aber würdest du dann ein Messer nehmen, würdest du dann halt einen Degen? Also ich glaube, den Degen würde ich tatsächlich nehmen. Das ist eine gute Waffe für die rechte Hand, weil man wirklich sauber durch den Kopf mit durchkommt und den relativ elegant wieder ziehen kann. Aber ist er halt auf echt engen Räumen, also im Treppenhaus, sonst was. Aber gerade da, wenn du halt eine Stoßwaffe nach vorne hast, das ist die einzige Sache. Also wenn zum Beispiel so ein Rambo-Messer, kannst du relativ schnell so zack, 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 so hackmäßig nach vorne zur Seite. Was jemand hier hatte, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo rumlegt war, ein halber Billard-Kö. Die untere Hälfte. Ich habe ja so ein Jagdmesser, ich würde sagen, mit so 15, 20 Zentimeter, so. Das durchschnittliche deutsche Jagdmesser ist 14 Zentimeter lang. Ach stimmt, bis dahin ist erlaubt, dann ist es wahrscheinlich. Das war ein Peniswitz. Ach so. Stimmt, das ist der durchschnittliche Penis regiert. Ja, aber ich glaube, irgendwie so 15 Zentimeter oder sowas, das ist die Grenze, was erlaubt ist. Und das Gute ist, es hat halt so eine Lederscheide, die man sich halt auch irgendwie an den Gürtel klemmen kann, dass man die ganze Scheiße nicht in der Hand halten muss und dann halt auch sofort wegpacken. Also auch zum Beispiel einen Degen hast du da halt dann auch irgendwie... Der ist halt in der Hand die ganze Zeit. Also ich habe eine Scheide dafür, aber das ist halt trotzdem, wir wissen, wenn er den Degen weggesteckt und dann wieder gezogen hat, vergeht halt ein bisschen. Das ist halt eine Duellwaffe und keine klassische Schlachtwaffe. Ist halt kein Katana, dass man sagt, Mann, die Aktion ist immer aus der Scheide raus und dann wieder zurück, sondern... Das machst du halt einmal bevor der Kampf beginnt, dann fechtest du und dann steckst du es wieder weg in Ruhe. Ein guter Rucksack, also mittelgroßer Rucksack, wo viel reinpasst, mit dem man aber auch laufen kann. Das heißt irgendwie am besten nicht so einen, den man dann halt auf die Hüfte, sondern halt dann über Brust und vielleicht ein bisschen höher dann, aber dass man den halt so dicht ranschnüren kann, zum Beispiel wenn man richtig Speed macht, den nicht voll zum Schaukeln kriegt. Und Trinkwasser, nehm Trinkwasser mit. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also die Scheiße ist überhaupt, würden wir los, wenn wir sagen, okay, wie lange hält die Wasserversorgung noch durch? Ja. Ich fürchte ja, man muss also sich zu Hause einigeln. Ich meine, aber irgendwo wird ja in der Regel immer eingeigelt. Ja. Und wenn sie sagen von wegen, okay, wir bleiben jetzt hier, keine Ahnung, bei Lidl oder sowas. Ja. Lidl hat zwei, ne, Lidl hat zwei offizielle, dann gibt es halt noch einen Lieferanteneingang, die ganzen Glasscheiße. Ja, ist halt nicht, aber ich meine, da ist halt erstmal das in der Nähe und da könnte man sich erstmal versorgen. Gleichzeitig weißt du, du bist nicht der Einzige. Da gibt es ja immer die Probleme, jedenfalls in den Filmen, dass halt nicht die Zombies dauerhaft die Probleme sind, sondern das, bei Walking Dead schiebt sich das ja glaube ich ab Staffel 8 so nach hinten oder 7 und dann sind es halt einfach nur noch andere Menschen. Dann ist halt dieses klassische alle werden wieder zu Tieren und der stärkere Gewinnprinzip. Ja, das ist, das ist, ja. Ich glaube, damit muss man tatsächlich rechnen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, für unsere Versorgung so erstmal nur wir beide, reicht der Spiel die vorne an der Ecke. Ja, gut. Da müssen wir jetzt nicht zu Lidl, da haben wir jetzt auf jeden Fall auch Wasser, da müssen wir auch aufpassen, dass wir halt uns nicht irgendwie jeder eine Kiste an den Rücken schnallen, so, sondern sagen von wegen, okay, aber es ist halt echt, wenn du sagst, jetzt schnell bewegen, jeder hat 5 Liter am Rücken und dann noch essen, ist halt schon ordentlich. Ja. Ich würde auch sagen, man rennt wahrscheinlich weniger, weil wenn wir auf einer offenen Straße unterwegs sind, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass wir demonstrationsmäßig 30.000 Zombies hingegen kommen, sondern vielleicht so 10, 15 auf einer Straße immer so und die könnte man dann Ich glaube, also wenn es schon weit verbreitet ist, dann ist es, glaube ich, dichter, ja. Ja, aber ich meine, die Frage ist auch, wo die hinziehen. Bleiben die an Ort? Ja. Die ziehen ja immer irgendwo hin. Die reagieren ja immer auf, weiß ich nicht, auf Geräusche und so. Ja, ich glaube, man kann an den Zombie-Bewegungen gut ablesen, wo andere Überlebende sind. Ja. Also die Zombies ziehen ja dann, also so ein klassisches Jäger-Beute-Phänomen aus der Biologie, die Zombies ziehen ja dann den Menschen hinterher. Also sind mehr Menschen im Supermarkt, sind auch mehr Zombies am Supermarkt. Ja. Also ich meine, dann mit dem Fortbewegungsmittel, alleine will ich natürlich auf dem Moped, weil ich dann erstmal schnell durchkomme. Zweitens ist aber echt ungesichert. Ja. Darauf sollten wir achten, die Sicherheit in der Straßenverkehrsordnung. Nee, ich weine halt, du weißt halt nicht, wie viele Unfälle da passiert sind, wie die Straßen aus, welche Zombies quasi einfach auf der Straße rennen. Also generell, wenn du, also auch auf dem Motorrad, aber wenn da halt ein richtiger Verkehrscrash ist, der die ganze Straße komplett lahmgelegt hat, dann kann es halt sein, dass du halt ungewollt absteigen musst und wo ein großer Unfall, da eine große Menge Zombies. Ja. Naja, ich meine, aber der Vorteil ist halt, mit dem Moped komme ich halt auf dem Fußweg einfach vorbei. Ja, aber ich meine, wenn es halt richtig, so eine richtig krasse Karambolage ist, ein absolutes Chaos. Ja gut, da komme ich im Auto auch nicht vorbei. Also du bist auf dem Motorrad noch besser, aber wenn es halt richtig zu ist, dann stehst du halt da fest und fährst relativ schnell drauf zu und dann. Ich meine, wenn ich jetzt hier in der Strahlerallee oder so, wenn du halt so vier Spuren hast, dann muss echt schon viel passieren, dass die kompletten vier Spuren samt Fußwege alles dicht ist. Ja, die Fußwege sind halt von Zombies besetzt. Das ist halt die Sache. Brav auf dem Fußweg. Ja, naja, ich meine, da wo der Unfall ist, dann. Das heißt, du meinst, wenn, dann eher die Nebenstraßen nutzen. Ja, wahrscheinlich. Echt? Da hätte ich gedacht. Also ich meine, dann ist doch bei The Walking Dead und so ist doch auch immer, statt auswärts ist immer die ganze Straße zu. Ja. Absoluter Stau. Naja, weil genau, weil vorher war dann halt von dem, okay, wir konnten noch irgendwie radiomäßig das durchbringen, dass da was passiert. Alle versuchen gleichzeitig zu verschwinden. Alle mit dem Auto und alle bleiben kleben. Dann sind gerade noch Ferien. Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. Ein paar wollen vor der Zombie-Apokalypse fliegen. Bundesländer übergreifen. Ein paar wollen einfach zur Ostsee. Ein paar wollen zu uns nach Berlin. Ja. Okay, ja, dann wäre ja ganz schön, wenn man halt irgendwie so so ein geländetaugliches Ding hätte, was halt nicht so ein Stadt-SUV ist. Nicht einfach nur hoch, aber beim Bordstein blinken halt 50 Lichter und das Ding geht aus. So ein klassischer Wolf. Genau, so ein Ding. Das ist die Sache, aber kann einer von uns irgendwie diesen modernen Wolf kurz schließen? Weil da ist es ja nicht dieses, was man denkt, unter dem Lenkrad-Schloss gegentreten, dann fallen halt zwei Kabel, die machst du blank aneinander und schwupp geht's los. Das wird ja nicht passieren. Also das könnte ich noch. Ja, das würde ich halt auch. Also Kabel kaputt reißen, kriege ich auch noch so. Aber dann ist halt die Sache. Hätte jetzt starten können, aber jetzt funktioniert schon gar nichts mehr. Wenn, dann reißen wir vielleicht das Abbieger-Licht raus und alles andere ist. Ja, vielleicht glaube ich dann halt einfach so, am besten wäre halt ein altes Geländefahrzeug, wo dann halt du brachial... Ja, wirklich einfach aus der Kaserne. Ja, okay. Aber ich meine, wenn du jetzt irgendwas in der Nähe hast, aber dass du sagst, weil da ist ja dann gerne mal Schloss, wenn du halt einfach nicht weißt, wie es geht, musst du halt einfach über den Widerstand mit Gewalt, dass du halt dann irgendwie Schrauben, Dreher reinklupst mit dem Hammer und den er halt mit einem fetten Wapu halt einfach reißt. Und dann über so einen Widerstand rüber und dann bricht da irgendwas raus und dann kriegst du es halt an. Wahrscheinlich darfst du nie wieder ausmachen oder es ist halt dann ausgebrochen, dass du den immer mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubendreher irgendwie anmachen kannst. Aber gut, dann hätten wir das Ding erstmal gestartet. Natürlich starten und aufbrechen sind alles Sachen, die Geräusch machen. Das heißt, wenn der Pferd fährt, fährt er, aber wenn wir halt in der Parklücke die Scheiße aufbrechen und alles bepacken... Also die Frage ist, nehmen wir uns einfach in der Hoffnung, dass die App-Infrastruktur noch funktioniert, ein E-Mobil. Nehmen wir uns so ein leise, surrendes Car to go. Ich bin da nicht angemeldet. Ich könnte dir einen schönen Roller anmieten. Du könntest dich schön hinten draufsetzen. Wir haben ja noch, wie heißt das, Topcase oder sowas. Wie schwer ist es denn, einen Roller zu fahren? Kinderleicht. Ja, dann kriege ich das. Ich glaube, ich nehme mal das Knöllchen in Kauf. Die Sache ist, aber du musst es hier erstmal aktivieren mit deiner App. Ach, und ich muss mich mit Führerschein aktivieren? Ja, und wenn du dich vorhin nicht registriert hast und der Zombie-Mitarbeiter in der anderen Leitung dich nicht erkennt als Führer... Danke, Merkel. Dann ist halt... Ja. Das ist halt schwierig. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, wenn du einen Q-Roller dir holst, da musst du halt gar keine Sky-Verifizierung machen, sondern da reicht halt, dass du irgendwie ein Foto von deinem Führerschein abfotografierst. Und da ja keiner weiß, wie du sie aussiehst, sondern nur das Foto, kannst du halt auch einfach mal beim Nachbarn, sofern der weg ist, die Tür eintreten und dann wühlen. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben einen Zombie gefunden, der einen Führerschein bei sich trug. So, also wir haben... Aber ich meine, wirklich, wir beide zwei Roller? Ja, da sind wir jetzt. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Waffen aus deiner Wohnung. Ja. Wenn wir raus sind... Hammer, Hammer habe ich auch noch. Wir haben eine Japan-Säge für den Notfall. Können wir ihn nochmal zu mir oder sind wir nur raus und bei dir und dann irgendwie auf die Roller? Das ist jetzt vollkommenes Chaos. Okay, da habe ich eine Hose von dir an. Wir sind jetzt auf der Roller an. Da habe ich auch irgendwelche Stiefel, die riechen von dir an. Mit Rollern. Ich würde sagen, zur Sicherheit, weil das sind halt immer diese Jet-Helme. Ich habe ja noch diesen Fake-Militär-Helm hier vom Airsoft. Aber die Zombies wissen ja nicht, dass der Fake ist. Ich würde mir, glaube ich, tatsächlich einen Roller-Helm aufsetzen, weil die sind halt so Jet... Ist da einer dabei bei denen? Es sind zwei dabei. Nice. Also jedenfalls bei Amy sind immer zwei, einmal Small und einmal XL. Alles dazwischen wird schwierig, selbst XL ist manchmal ein bisschen eng. Aber wenn der passt, dann würde ich den erstmal aufsetzen, weil der halt so offen ist, dass du noch vieles mitkriegst. Okay. Und es aber halt auch Schutz... Zum Beispiel so ein Blödsinn wie, du hast irgendwie die Hände voll oder wehrst gerade was ab und von vorne kommt was, könntest du mit dem Helm einen schönen Kopfnuss machen. Das ist gut. Das ist so. Also könntest halt echt jemanden noch so einen halben Schädeldecker einschlagen mit deinem Kuhhelm oder sowas. Okay, das heißt, wir haben das... Du würdest den Degen nehmen. Ja. Und noch eine Waffe, irgendwas Näheres noch so? Ja, die Seigabeln, aber die sind halt nur hart. Also die sind nicht spitz, die sind nur eine Schlagwaffe für die Hand. Ah, okay. Aber ich meine, durch so eine weiche Schädeldecke kommt man schon. Ja, da kommst du auch durch, wahrscheinlich. Aber ich meine, auch hier so der Schlag mit einem Hebel und aus Stahl, ja. Ach, tut auch weh. Naja, aber wehtun ist ja bei denen nicht mehr. Also die Wucht schlägt schon jemanden davon zur Seite und ich glaube, jetzt mal der Logik von Zombiefilmen folgend, wenn du es mit einem Cricketschläger und einem Baseballschläger so einfach machen kannst, wie das in den Filmen möglich ist, geht es mit der Seigabel auch. Ja. Okay, hast du irgendwie, was hast du an, Schläger hast du nicht, ne? Ne, also Hammer halt, kann man ja mal mitnehmen. Dieser Holzhammer ist lächerlich, ne? Äh, ja. Ja. Obwohl für einen Zombie könnte das auch sein Holzblock. Ist er fest? Also sehr schön. Pfeil und Bogen habe ich noch? Ja. Also ich hätte, glaube ich, eher nahe Wachen. Lass mal Pfeil und Bogen mal. Ja, tatsächlich, glaube ich. Ich habe auch noch viele Pfeile. Ich würde den Hammer vielleicht ein bisschen pimpen wollen. Ja. Das heißt vielleicht... Oh, Nägel. Ja, also ich will nichts hängen, ich soll nichts dranhängen, sondern es soll halt irgendwie wuchtiger sein. Also dass ich halt... Aha. Also entweder, dass ich was wegschlagen kann, aber halt auch vielleicht aufspießen, dass man vorne eine Spitze dran kriegt oder irgendwas. Du hast ja auch, du hast ja auch viel Werkzeug. Vielleicht haben wir auch die Zeit hier irgendwie... War noch kurz was zu basteln. So, ja. Das heißt, beziehungsweise du hast ja einen richtigen Hammer. Ja. Das heißt wahrscheinlich normale Größe, ne? Ja. Also normal diese... Ja, genau. Weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich habe doch auch... Auf der anderen Seite. Kuhfuß habe ich doch auch. So, das ist doch der Hammer. Ich wollte gerade sagen, denke ich die ganze Zeit nicht dran. Das ist, glaube ich, echt gut. Weil damit kannst du locker einen Zombie, glaube ich, in den Kopf so zur Seite knicken, dass er vielleicht nicht ab ist, aber vielleicht reicht das, um den beziehungsweise nach vorne gerade durchstechen. Du hast ja ein Schleifgerät. Vielleicht kriegen wir das mit einem groben Schleifer, dass du die eine Kuhfußseite echt so richtig spitz zuschleifest. Also ich habe auch Metallschleifpapier. So, das wäre halt einfach... Das werden wir auch brauchen dann alles, wenn wir hier so einen Lärm machen und erst mal mit einem Schleifgerät was basteln. Vielleicht sollten wir vorher beim Nachbarn irgendwo einbrechen, über die... Übers Gerüst sollten wir vielleicht ins Vorderhaus einbrechen und da irgendwie Mucke aufdrehen, dass wir im Hinterhaus arbeiten könnten. Genau, wir locken die Zombies in eine Location zehn Meter von uns entfernt. Naja, okay. Das ist dann vielleicht nicht so gut. Aber okay, dann würde ich den Kuhfuß nehmen und den... Aber der Hammer ist dann vielleicht echt blöd. Weil der Kuhfuß... Wie breit ist der? So? Ja, ein bisschen kürzer. Okay. Den würde ich vielleicht... Würde ich den verlängern? Was haben wir denn noch hier? Ich glaube, ich habe noch... Der Kuhfuß ist auch an einer Seite klassisch, ne? Ja. Und auf der anderen gerade. Ich habe auch noch ein Stahlrohr hier von einem Meter. Okay. Drüben. In der Küche. Also, dass die hier von der Garderobe sind. So eine Garderobenstange, aber aus Stahl halt. Eigentlich hat jeder so in der Regel zwei Waffen, weil dann wird es ein bisschen halber zu viel. Ich weiß nicht, ob ich... Na okay, sagen wir mal, damit es nicht so kompliziert wird, ich bleibe beim Kuhfuß und beim Pfeilenbogen. Ich glaube, tatsächlich würde ich das Stahlrohr noch nehmen und dann so Grip-Tape. Ich habe ja Grip-Tape hier um eine Seite. Ja, aber dann hast du nicht die Seilgabel, dann hast du jetzt den Degen und das Stahlrohr. Okay, und dann habe ich den Pfeilenbogen und einen Kuhfuß. Kuhfuß würde ich, glaube ich, auch einfach einfach beidseitig, also an zwei Stellen auch mit Grip-Tape so entwickeln, weil ich werde, glaube ich, viel schwitzen. Ich kann ein paar Kreidebällchen mitnehmen. Schade ist halt bei mir. Echt mit der Motorkleidung, die Handschuhe und alles, da hätte ich so viel zum Schutz und naja, egal. Okay, dann haben wir das jetzt alles gemacht. Genau, sind auf unseren E-Rollern. Nee, hast du Rucksäcke? Äh, ja. Zwei, also wenn wir ganz normale Rucksäcke, dann wären zwei, glaube ich. Ich habe zwei normale Rucksäcke, ja. Ja, das wäre schon mal ganz cool. Kann man die vorne zuklemmen oder nur hinten? Nee, nur hinten. Okay, dann müsste man halt beim Laufen, würde alles baumeln und pimmeln. Ich habe ja gesagt, ich glaube, so schnell so viel rennen müssen wir gar nicht, wenn die Zombies langsam sind. Also ich glaube, das geht schon. Okay. Ich würde mir vielleicht noch irgendwelche komischen Schlaufen an der Hose packen, dass ich auf jeden Fall Kuhfuß und Pfeil und Bogen so verstauen kann. Beziehungsweise Pfeil und Bogen kann ich ja wahrscheinlich an der Sehne irgendwie oder ist das einfach zu eng, dass ich da einfach nicht durchkomme und das lässig über die Halten und Schultern zu klemmen? Über einen Arm, ja. Nicht über die Brust. Es sollte halt schnell gehen. Das ist nicht von dem, Alter. Also über einen Arm kriegst du es. Oder halt irgendwie an den Rucksack klemmen oder irgendwas schneller. Das, ja. Ich glaube, das ist auch das. Ich glaube, theoretisch kannst du dir auch einen Gürtel stecken. Da müsste eine Schlaufe dafür da sein. Irgendwie so. Na gut. Dann haben wir jetzt unsere Sachen. Die Klamotten, ich sehe aus wie Pille Palle und wir sind auf unseren coolen, gefährlichen Rollern. Ja, da hört man uns schon. Wie, ja, die Kuh-Dinger sind ja ein bisschen angelehnt an Star Wars. Die sind wirklich bei maximaler Geschwindigkeit so. Und die Amy sind so ein... Naja, aber die Sache ist ja halt auch, wie lange hält das Elektrizitätssystem da noch irgendwie das Netz aufrecht? Weil die Dinger sind erst mal ganz schön fahren. Übrigens... Aber wo wollen die überhaupt hin? Genau. Futter besorgen, oder? Derzeit fahren wir gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend. Ja, ich habe gedacht, vorhin gesagt, erst mal vorne zum Späti. Ja. Da würde ich sagen, Getränke. Ja. Da wir halt beide Kuhroller haben, würde ich sagen, packen wir halt auch was ins Topcase. Weil Topcase können wir erst mal randvoll Wasser machen. Das ist Gewicht, aber das erst mal stört uns nicht. da würde ich dann halt auch, eventuell müssen wir die Rolle auch einfach mal vielleicht beiseite legen und lassen und haben die halt nicht mehr. Das heißt, ein bisschen Wasser sollten wir auch in den Notzeichen packen. Aber einen Liter sollte jeder bei sich tragen, mindestens. Einen, okay. Regen und sowas ist nicht verseucht. Das ist einfach nur, nicht, dass wir uns irgendwie schützen müssten noch für... Nee, das ist Sturm. Das hat sich über RTL 2 verbreitet. So, ja. Okay. Ja, Essen. Das wäre ja ganz gut, wenn wir irgendwelche viel Trockennahrung... Also ich glaube, ich würde viel, weil das halt so schnell in den Kopf geht, also irgendwie kurzkettige Dings, die ganze Schokoriegel. Ja, ja, sowas. Sowas ungesundes. Also idealerweise halt so Eiweiß- und Proteinriegel, aber haben wir jetzt nicht. Gibt's nicht. Haben die nicht. So, leider. So, und auch sowas wie, was du nicht kühlen kannst, beziehungsweise irgendwelche Eier, wo du nicht weißt, kann ich die aufwärmen? Du willst hier nicht mal rohere Eier reindrücken. Vielleicht kriegst du einen Durchfall oder kotzt oder sowas. Ja, haben die irgendwas Gesundes hier vorne? Ich glaube, schon bei Obst und Gemüse wird's kritisch. Ja. Also ansonsten... Ja, weil sonst bei Lidl gibt's ja manchmal schon mal so Energieriegel oder Eiweißriegel. Aber ich würde fürchten, dass da zu viele Zombies beziehungsweise zu viele gefährliche Menschen dann auch sind. Es ist ja auch direkt an der Warschauer. Ja, das ist ja totaler Schwachsinn, wahrscheinlich dann da rein zu gehen. Dann stelle sich das Matrix voll mit Zombies vor. Aber wir haben da ein echt Essen, was uns, glaube ich, nach einer Woche schon ziemlich zerstören würde. Ja, wir müssen ja nicht durch die... Mal gucken, was wir auf dem Weg so finden. Okay, wir machen erstmal nur so eine Basics und sagen, das würde uns so drei Tage auf jeden Fall entspannen. Gut, dann stehen wir vor dem Späti mit unserem Kuhfuß und deinem Rohr mit dem Tape dran. Rucksäcke sind voll, Topcase ist voll. Wohin? Ja. Also raus aus der Stadt. Ja, ich glaube, also ein guter Plan wäre, glaube ich, aber ich glaube, das sind nämlich die einzigen darauf kommen, so eine der Kasernen hier anzufahren. Warum? Sich mit Schusswaffen einzudecken. Aber es sind deutsche Schusswaffen. Fahrzeug. Das heißt, sie können wegen Feuchtigkeit, wegen Lichtverhältnisse und wegen Lagerung... Wegen Hitze, Trockenheit, weil sie vernachlässigt wurden. Ich würde fürchten, dass wir daran zugrunde gehen, weil irgendwie ein Rückstoß uns halt irgendwie einen Splitter in die Halswirbelsäule schießen. Lassen wir das. Polizeiwache? Der Böden-Likrierte-Factual. Ja. Da sind... Aber ich glaube, der hat die Gutdeutsch abgeschlossen. Ja, aber der wird doch seine Schlüssel nicht am Mann haben. der hat es wahrscheinlich aufgemacht und ist dann zum Zombie geworden. Nee, ich habe gedacht, der hatte einfach ein Schlüsselbrett oder sowas. Oder so, ja. Die halt nicht beschriftet sind. Gehen wir mal davon aus, ja. Aber... Also wir haben zwei Pistolen. Jeder hat eine Pistole. Warte, warte, wie sind wir denn bei Egbert reingekommen? Ah, mit meinem Kuhfuß? Ja. Okay, wir sind hier bei Egbert rein. Zack, Schlüssel. Ja. Jeder hat eine Glock oder was er hat da wahrscheinlich. Ja, ja. Dann musst du mir doch kurz zeigen, Entsicherung, nachladen. Ja, das kriegen wir hin. Das brauchen wir kurz fünf Minuten. Aber ich denke mal, ich würde sagen, wir haben jeder 20 Schuss oder sowas. Nein, 20 Schuss passen ins Magazin. Also 15 hast du immer dabei. Also wenn ihr noch so vier, fünf Magazine mitnimmt, dann sind wir so bei 100 Schuss. Ja. Das würde mich aber auch nicht wundern, wenn Egbert noch eine Desert Eagle versteckt hat, von der nichts sagt. Ja, da liegt wahrscheinlich einiges im Argen. Aber... Aber Desert Eagle, glaube ich, wird selbst wir, wenn wir mit schießen, glaube ich, die Schultermuskulatur beanspruchen. Ja, das ist so eine Frage. Also eher was Kleinkalibriges. Wir wollen ja auch nur den Kopf zerschießen. Und das halt auch echt nur, wenn wir merken... Ja. Aber es ist echt schwierig, wenn du in der kurzen Distanz mit dem Kuhfuß arbeitest, merkst, es wird nichts, um dann zur Glock zu wechseln. Wenn, dann, glaube ich, hast du eher vorsichtigerweise die Glock dabei und wenn du merkst, gehst du auf die Nahdistanz oder einer von uns sichert den anderen. Ja, okay. Das wäre, glaube ich, die ideale Variante. Okay, dann haben wir jetzt halt eine Glock, wir haben ein bisschen Futter, wir haben halt gefährliche E-Roller. Ja. Und wir sind immer noch keine zwei Straßen weiter von dir. Ja, also ich würde ja sagen, Schutz und Versorgung. Am besten natürlich dauerhaft so musst du so an Selbstversorger denken. Das heißt, nicht zu sagen, ey, so ein voller Supermarkt würde uns beide ja locker ein Jahr aushalten. Beziehungsweise wir essen wahrscheinlich ein halbes. Du kannst da nicht Aufschnitt auf Aufschnitt legen. Apropos, warst du heute schon einkaufen? Gestern. Ja. Beziehungsweise heute ja kurz. So, also, also fahren wir raus aufs Land. Die Sache ist, ja, okay, man kommt relativ schnell von hier, ja, wenn du über... Oder nehmen wir uns ein Boot, um die Spree runterzufahren. Wie bei Apocalypse Now. Ich glaube, dass, wenn du ein Boot hast, erst mal, wir sind relativ schnell an diese bescheuerten Anleger. Genau. Und dann haben wir so ein Floßboot. Da ist sogar ein Grill drauf. Ach so, ich habe jetzt gedacht an diese großen Touristendinge, aber du willst ein Floßboot. Also etwas... Ah, du wolltest... Ah. Oh, ja, so ein Spree-Kreuzfahrtschiff? Naja, ich habe halt gedacht, weil die Zombies lassen uns in Ruhe, aber auch Menschen sind irgendwann auf dem Wasser. Und eventuell gibt es Angriffe. Und wenn ich halt so ein offenes, dummlich, wackelndes Floßboot habe, dann können wir selber gleich ins Wasser springen. Also nehmen wir uns so die Spree-Königin. Also eigentlich wäre es geil natürlich, was halt komplett Schutz und Schnelligkeit hat, aber Monster groß ist. Also wir müssen ja nicht 40 Leute drauf Platz haben oder 120 so. Das habe ich aber leider nicht... Also am Geizten wäre sowas wie, keine Ahnung, irgendwie die Möwe-Elf oder sowas halt, irgendwie die Wasserschutzpolizei. So ein Fahrzeug. Das wäre so ein Schiff. Also das ist, glaube ich, machbar. Die Wasserschutzpolizei ist irgendwo angelegt und desertiert zur Zombie-Apokalypse. Ja. Die wollten ein paar Zombies, die wollten ein paar Zombies einen Strafzettel geben, die sich an der gelben Leiter festgemacht haben. Und wurden dabei alle gebissen. So. So. Und dann... Ja. Ich meine auch klassische Wasserschutzpolizei haben ja auch ihre Schutzwesten gelassen auf der Eismöwe. Genau. Die Eismöwe, ja. Das erste Mal brauchen wir ein bisschen weiße Farbe, dass wir daraus die Eismöse machen können. Ich würde, glaube ich... Das hat oberste Priorität. Aber auch so mit so Glow-in-the-Dark-Farbe. Ja. Ich würde aber auch sagen, dass wir halt erst mal, weil ich glaube, die Eisenbrücke, die wird richtig voll sein, das ist gefährlich. Die stürzt dann wahrscheinlich auch endgültig ein. Ich würde sagen, rüber auf die Halbinsel und dann versuchen, von hinten den Fußgängerüberweg der Eisenbahn beziehungsweise der S-Bahn-Brücke zu nehmen. Ich glaube, wir können auch die Gleise nehmen. Ja. Aber ich meine, die Fußbrücke, die könnten wir mit den Rollern direkt befahren. Ah. Die Gleise, da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da auf Anniper hochkomme. Da ist die Sache natürlich, da müsste frei sein. Wenn da 50 Jogger gebissen wurden, dann kannst du mit einem Emmy-Roller da schlecht durchheizen. Und dann auch so ein Baby-Zombie im Kinderwagen. Ja. Alles unschön, ja. Ja. Okay, aber wenn wir da jetzt durchgekommen sind, auf der Eismöwe, Eismöse, Eismöse, 2.0. Ja. Dann ist halt die Sache, okay, erst mal zu verstehen, wie das Ding sich fährt. Das ist ja auch jetzt nicht so ein Selbstläufer von wegen grüner Knopf, roter Knopf, weiß nicht, Vollgas und Kurbel und bitte, Kurbel vor allem, da haben wir schon das Problem. Ich bin in der Kurbel, sagen wir Steuerrad. Wenn ich Kurbel so schnell ich kann und wir fahren immer nur nach rechts. Das Gute ist, wenn wir jetzt irgendwie statt, wir wollen ja statt auswärts, ne? Wir machen halt erst mal zu Rummels, was ist der? Ja, Rummelsburg. Ja, genau. Da gibt es ja sehr viele Haltepunkte, wo Touristen halt öfter mal halten. Das heißt, wir können vielleicht, wenn wir sehen, das sieht gut aus, anlegen, müssen das echt so sichern, dass, glaube ich, einer sich vorwagt und der andere halt das Schiff so ein bisschen bewacht, damit man sagt, okay, der Motor läuft und wenn was ist, weil man startet ja nicht schnell, sondern mit der Eismöse relativ langsam. Ja. So, das heißt, einer müsste erst mal gucken, ob es okay ist und dann halt sicher ist sicher erst mal so einen Rucksack füllen. Ich glaube, wir können nicht anlegen an den Stellen. Wieso ist der so tief? Weil der Tiefgang, die hat, glaube ich, zu viel Tiefgang. Die haben uns doch letztes Mal auch mit dem Boot zu ihnen gebeten. Ach, scheiße. Die konnten nicht ranfahren. Oder wir nehmen halt auf dem Weg noch so ein Tretboot mit. So als Beiboot. Wir haben so ein rosa Schwan hinter der Eismöse oder was. Das ist ja komplett super Bild. Und im Schwan packen wir dann immer einen rein, der gerade nervt. Das Überleben gibt uns recht. Okay. Wir haben jetzt unsere Roller hinter uns gelassen, sind auf dem Boot. Warte mal. Die Frage ist, wenn wir gerade von dem Boot weg sind, da sind ja die ganzen anderen Touristenboote. Ja. Und da könnte man auch kurz rauf, die haben halt alle immer eine kleine Bar. Ja. Und da könnten wir halt auch erstmal diese ganzen Erstmal ein Bier aufmachen. Mit der Gedanke. Wir könnten vielleicht das eine oder andere Fässchen sichern. Und wir könnten dann halt auch da unsere Schokoriegelvorräte wieder auffüllen. Die haben bestimmt auch so eine Scheiße, die sich ewig hält. Sowas wie Beefy, Beefy Roll, so eine Scheiße. Karazza, Hosentaschen, Cowboy und sowas. Dann vielleicht auch so eine, weiß nicht, vielleicht Konserven, dass sie sagen, wir haben halt Grünkohl-Konserven. Beef, Beans und Bacon. So. Das heißt, wir müssten vielleicht gar nicht sofort irgendwo halten, aber klug wäre es schon. Und was auch ganz cool wäre, ich weiß halt nicht wo, aber das muss ja auch alles in der Nähe sein, beziehungsweise vorne am Anleger, wenn wir tanken wie Sau. Weil dieser Schiffsdiesel, der ballert sich bestimmt nicht schnell raus. Also wir könnten jetzt bestimmt nicht eine Woche damit fahren. Ja, ja, ja. Beziehungsweise weiß nicht, wie groß die... Ich wüsste auch nicht, wo ein Boot tankt. Ja. Also wir hätten echt Probleme. Ich glaube, wir würden das Ding wenn überhaupt ankriegen, im Kreis fahren, so lange bis es leer ist, dann würden wir eh abspringen, was schlecht ist. Dann sind wir auf unserem Schwan-Tretboot festgesessen. Der Eismöse 3.0. Ey, vielleicht sollten wir erst mal auf dem Tretboot bleiben. Was wir bedienen, wir können ja eins mitnehmen und wenn uns der Sprit ausgeht, dann steigen wir um. Also du gehst davon aus, dass wir das Ding erst mal steuern könnten. Ja, wie schwer kann das sein, wenn ein Polizist es schafft? Okay. Ja. Und dann, aber wenn wir dann in Rummelsburg sind, der ist ja, dann fühlt es sich erst mal glaube ich an wie Urlaub, weil da sind ja nicht die alles Zombies am Wasserrand, die nicht hier, sondern da ist hier nichts. Ja. Und das ist die Frage, denken wir kurzfristig oder langfristig? Sagen wir, wollen wir mal schauen nach Überlebenden, die keine Freaks geworden sind? Wollen wir mal generell gucken, wie es an den deutschen Wasserstraßen aussieht, ob man da, oder wollen wir weg, bloß weg? Haben sich vielleicht schon Leute organisiert, die besser sind als wir mit einer Eismöse und E-Rollern unterwegs? Beziehungsweise die E-Roller würde ich schön an Bord nehmen. Ja. Ich würde irgendwie versuchen, Da dachte ich auch gerade dran, ja. Ob wir da irgendwie so alte Europaletten und dann eine Rampe bauen und dann so ein bisschen evil-knievel-mäßig da raufheizen. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Vielleicht schaffen wir auf dem Weg, weil das gut ist, ich weiß nicht, wie es beim E-Rollern ist, aber die Q-Roller, siehst du halt immer, wenn du die öffnest, siehst du die beiden Akkus, die du nicht anfassen sollst, aber du siehst, die kann man rausnehmen und die stehen ja überall. Das heißt, auf dem Weg, wenn wir wüssten, da ist eine Eismöse, nehmen wir halt auch ohne Ende. Das können wir ja in der App gucken. Das ist ja kein Problem. Apropos, wo laden wir denn unsere Mobilfunkgeräte auf? Jetzt wird ja wohl, also ich meine, die werden im Schiff ja wohl irgendwie mit dem Ladekabel. dass wir abends Spongebob schauen können? Nee, ich nehme die Switch mit. Dann können wir schön noch Mario Kart spielen. Wenn wir total Hacke von dem Bier sind. Jungs, ihr wisst schon, ihr müsst das anders von einer Strategie auffauen. Nee, nee, passt schon. Ihr könnt nicht immer vom Bord kacken. Und außerdem beim Gegenwind, der Schriftzug verändert sich bei euch. Ja, aber das Dumme ist, ich habe das Gefühl, wir haben so kein richtiges Ziel. Ja, ich weiß nicht. Wir haben halt Erfolgreiches geschafft, irgendwie raus mit ganz schlechter Ernährung, sage ich jetzt mal. Und während der Rest der Bevölkerung vom Gegenmittel gerettet wird, treiben wir verloren mit unserer Ladung an Q-Roller-Akkus irgendwo auf der Spree-Richtung. Ich weiß nicht, wo die Spree hingeht. Und sterben mit 42 an frühzeitigem Alterszucker. Ich will kein Ranger mehr, wein. Wir suchen ein Polizeischiff, wir haben uns Eismöwe, aber wir finden es nicht. Das einzige ist die Eismöse. Wir können die ganze Zeit funken. Die funken ja auch immer in den Filmen. Das heißt, wir würden jetzt schön alle Kanäle durch und dann, hier ist die Eismöse. Moment. Einziges Überlebnis. Ja, aber wir haben keine Funklizenz, die wir brauchen, um zu funken. Das heißt, irgendwie ein Zombie kontrolliert das und sagt, sie sind gesperrt. Ja, das garantiere ich dir auch. In der Zombie-Apokalypse kriegen wir Ärger vom Ordnungsamt. Identifizieren Sie sich, Beamter. Wir sind Beamter. Schmidt von der Eismöse. Schmidt und Schmidt, einer mit Doppel-T. Ah ja, alles klar. Wollen wir halt auch Quatsch machen oder sagen wir, wir haben das Gefühl, es ist so ernst. Wir haben jetzt schon ein paar Leute umgebracht auf dem Weg dahin. Wenn wir jetzt auch Quatsch machen. Ja, weil dann wäre natürlich auch cool, wenn man so andere Landfahrzeuge hätte. So was wie einen Quad. So, genau. Einen schönen assigen Hellersdorfer Quad. Der Jet-Ski des Landes. genau. Solche richtig steifen Quads. Und damit könnte man dann nämlich mal schnell irgendwie eine Lidl-Filiale abchecken und nicht nur von außen. Du kannst mit einem Quad vielleicht auch reinfahren. Genau. Einfach durchfahren, Hand aufhalten und durch die Regale. Ja, super. Wenn wir am Anfang das machen, gucken, was hängen bleibt. Dann ist dieser, keine Ahnung, Babykorb vom Quad gleich voll mit Haferflogen. Die wir dann mit Spreewasser essen. Weil wir kein Wasser mehr haben. Und dann so Koliken dann kriegen und dann Feierabend ist. Ja. Was ganz gut wäre, wäre glaube ich halt irgendwelche Schwefeltabletten. Irgendwie so allgemeine Sachen, die dann bestimmt kommen. So Durchfall. Also so Kohletabletten generell zum Wasser desinfizieren. Generell wäre glaube ich auch ganz gut, wenn bei Lidl, was Zeitwasser hatten, dass diese ganzen Mineralien-Vitamin-Scheiße. Ja, Vitamin-Tabletten. Weil du sagst von wegen, ja. Langfristig wäre es vielleicht, ach weiß ich nicht, was ganz cool wäre. Irgendwie festungsähnlich. Ja, das gibt es hier. Kann man, ist die Zitadelle Spandau gut zu schützen? Also, wenn wir die Zugbrücke irgendwie zu zweit hochkriegen. Ja, ist ja bestimmt mechanisch. Also, also Motor oder oder elektrisch. Ich weiß nicht, ob die mal noch hochgezogen wurde in den letzten Jahrzehnten. Achso, das wäre so als Gag immer so, nee, nee. Weiß ich nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, können wir die auch einfach kaputt machen. Dann hängen wir da fest. Wir haben ja ein Boot. Ja. Was ist denn mit dem KDW? Wollen wir sowas ansteuern? Oder ist das zu sehr? Und wir hören uns nur noch von Kaviar und Gold lackiert im Kuchen. So. Ist es zu, zu dicht gelegen, zu ungünstig, dass es angegriffen wird? Ja, es hat keinen Wasserzugang. Da sehe ich eher das Problem aktuell. Okay. Okay. Vielleicht könnten wir auch noch mal kurz zu Jospers vorbeifahren und uns die Paddies holen und vielleicht ein bisschen von den Pellets, dass wir... Das ist relativ nah am Wasser, da kommen wir gut hin, ja. Ja, das wäre halt auch eine einigermaßen gesunde Ernährung, so proteinreich, sowas. Die Gefahr ist bloß, nach drei Tagen kann ich keine Burger mehr sehen wahrscheinlich. Ja, das ist, dann überfallen wir das nächste Restaurant. vor allen Dingen überfallen. Fürchten die ganzen Zombies vor Ort schon wieder, dass wir irgendwas schutzgeldmäßig eintreiben. Das ist mir scheißegal, es ist Montag und wir nehmen, was wir wollen. Da sind drei Goldfische im Tank, Sie wissen, was das heißt. Zwei Goldfische im Tank. Wir könnten eigentlich, wenn wir uns ein bisschen sicherer sind, dann auch mal sagen, klamottentechnisch können wir uns ein bisschen besser ausrüsten. Smoking oder so. So, in Hannover gibt es einen Waffenwill, das ist so ein Laden in einer Altstadt oder Waffenwilli oder sowas. Sowas müsst ihr vielleicht anstellen, dass man sagt, so wirklich, dass man sagt, da könnte man vielleicht so eine alte Kefflerweste, dass wenn der jemand sich stumpf abbeißt, da passiert gar nichts oder eine böse Zwille oder was man sich dann holt. Ja, ja. Komplett in seinen Gedanken versorgt. Ja, ich bin bei der Zwille und dem Waffenwilli. Ja, doch, es gibt doch auch so viele Dekoläden, die so Katanas haben. Die müssen wir doch eigentlich nur schleifen vorne. Beziehungsweise, meinst du nicht, dass auf der Eismöse halt irgendwo halt auch so ein... Da liegt wahrscheinlich noch was rum, ja. Ich meine halt eigentlich so Waffen so. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, sind die so bestückt, wie ich mir das dann vorstelle im Film, so amerikanische Wasserschutzpolizei hat bestimmt alles voller Pumpgun. Und Deutsche haben bestimmt keine Ahnung, einen Taser mit drei verblombten Markierungen. Also die haben ja alle eine Dienstpistole dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, zwei Maschinenpistolen müssten noch unter Deck liegen. Also die Schutzpolizei an Bahnhöfen hat ja auch immer eine Maschinenpistole dabei. Also ich glaube, das ist schon drin. Und so eine MP5 war, kann man schon mal nehmen. Damit kann man ja auch, glaube ich, leicht umgehen, ne? Ja, die sind jetzt, die alle sind dafür gemacht, dass auch Kinder die bedienen können. Im Ernstfall. Ja, ja. Manchmal machen es ja sogar, glaube ich. Ja, eben. Dann sind die alle so leicht. Ja. Wollen wir denn dauerhaft auf Wasser bleiben? Also sind wir dann so... Sind wir schon mal da? Ja. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, die Wasserwege, wo würde es denn hingehen? Wo geht es denn weiter? Die werden ja die Karte an Bord haben. Ich meine, ist es denn, wir wehen östlich raus, ne? Ja. Das heißt, da ist ja nichts. Da sind wir ja relativ schnell irgendwann in Warschau. Fühlt die Spree da lang? Ich weiß auch nicht, wo die Spree hinfühlt. Das ist es ja gerade. Ich weiß nicht, führt die dann gerade oder knickt die dann irgendwann wie alles? Weiß ich nicht. Zerfließt die in irgendwas? Geht die direkt in die Nordsee? Dann schreibt uns, trifft die noch auf einem anderen Fluss. Wie heißt der? Gibt es die gefällige Strömung? Fahren wir direkt zur Brandenburgischen Seenplatte? Ist tief genug, dass wir dann irgendwie da mit der Eismöse durchkommen? Ja. Gibt es da Tankstellen für die Eismöse? Schwer zu sagen. Wenn wir irgendwelche touristischen Gebiete kommen, was bestimmt das alles ist, können wir da auch mal anhalten und Eis schlabbern. Ja. Schönes Add von Schleck. Und einfach mal so eine Rundfahrt machen. Ja. So eine Butterfahrt. Was wäre denn, wenn wir plötzlich, sagen wir irgendwie, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber in einen Kanal kämen, so den mittellangen Kanal, also richtig breiten Kanal und treffen dann auf sowas wie missgeguidete AIDA oder so. Ja. AIDA ist halt ein Monster. Da sind dann halt einfach mal Platz für 15.000 Menschen. Das ist halt eine schwimmende Kleinstadt. So ist die Frage, gucken wir da rauf oder denken wir uns, Alter, das war sehr viel Optionen auf Ablenkung, Unterhaltung, Essen und Trinken, aber halt auch die Möglichkeit, tot zu füllen. Ich glaube ja, das ist ein böser Fehler, da rauf zu gucken. Auf der anderen Seite haben wir noch fünf Minuten, da ist eine Stunde voll. Also würde ich sagen, riskieren wir mal dieses Gedankenspiel. Okay. Weil die sind ja alle so ein bisschen labirintisch aufgebaut, wie ein Casino. Also da müssen wir dann richtig close quarter, äh, close... Ja. Weil wenn du einmal close quarters, ja. Ja, okay. Weil wenn du einmal da unter Tage bist und im Bauch des Schiffes... Na, da ist ja eh nur die Angestellten. Nee, nein, ich meine nicht ganz unten, sondern nur im Bauch des Schiffes. Aber du hast noch Sicht nach oben, da wo die Restaurants und so sind. Okay. Die sind ja wie so eine Ladenzeile aufgebaut, da ist ja quasi so eine Mall drin. Ja. Und ich glaube, wenn du da bist und dann geht was schief, dann... Also weil halt diese engen Gänge. Ja. Das heißt, wir haben uns vorher... Tausend Türen hinter jeder lauert potenziell Gefahr. Ja. Alles ist unübersichtlich, wir kennen das Layout nicht. Also auch, du hast ja auf jeder Ebene in jedem, in jedem, ich weiß nicht, jede 500 Meter hast du einen neuen Plan. Ja. Du kannst es ja einfach nicht merken. Wir müssten sehr schnell diese Fluchtpläne lesen können. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwo reinkommen, rechts, links, gleich so ein Ding abreißen... Sind wir zu Fuß auf der AIDA oder haben wir unsere Coops mitgenommen? Nee, ich würde sagen zu Fuß. Die Gefahr ist halt einfach zu groß, dass wir irgendwo sind und halt uns einfach verkeilen mit Tempo 30 in so einem Gang und da stehen wir quer und der hintere Zimmer hat halt rein und dann sehen wir hinten nur, dass die Tür aufgeht und wir kommen gar nicht über die Kuhs erstmal rüber. Beziehungsweise, das ist ganz gut, dass wir eine Barrikade bauen können. Ja. Wenn wir einen Unfall machen, müssen wir halt gucken, in welche Richtung, aus welcher Richtung kommen die meisten Zombies, in die andere gehen wir. Ja. Aber die Sache ist, man kann ja nicht mal parallel nebeneinander stehen, wenn wir eine blöde Ebene gefunden haben, um zu kämpfen. Das heißt, es sind ja immer nur so anderthalb Personen nebeneinander. Aber die haben auf dem Irish Pub an Bord die Kreuzfahrtschiffe. Und? Ja, Unterhaltung. Ja, aber da erstmal hinkommen. Ja. Sag mal, wir sind mit unseren Kuh-Roller jetzt verunglückt, haben halt irgendwie Deck E blockiert. Ja. Vor uns kommen halt 20, hinter uns sind 6 Zombies. Wir rennen natürlich auf die Richtung 6 Zombies zu. Die Sache ist, die anderen bleiben halt erstmal, die fallen halt hin. Aber die kommen nah auch. Wir würden, glaube ich, rennen dürfen wir nicht. Wir müssen echt aufpassen, dass wir schnell gehen. Wir haben noch unsere Schusswaffen. Ach so. Die benutzen wir. Aber da muss ich echt aufpassen, wegen engen Räumen, dass ich Ohrenschützer habe. Das stellt sich dann als Fehler heraus. Die Scheiße ist aber gleich. Immer mehr Zombies vom Oberdeck. Wir nähern uns dem Badeparadies auf der AIDA. Aber wir haben jetzt die 6 vor uns platt gemacht. Ja. Und wir sind fast taub. Ja, hinter uns sind jetzt 60. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir haben jeder noch 20 Schuss. Wir sind jetzt am Oberdeck auf dem Poolbereich. Ja. Und da sind Zombies im Wasser oder was? Nein, wir sind im Unterdeck auf dem Pool. Das ist so ein Hallenbad auf der AIDA. Okay. Aber ein tropisches Hallenbad. Also da stehen Palmen und so. Gibt es eine Rutsche? Ja. Gibt es vielleicht eine Rutsche in eine andere Ebene? Das heißt, wenn zu viele da sind und wir nur noch einen Weg sehen mit den Waffen und voll montiert. Die Rucksäcke sind, glaube ich, leer, weil die haben wir vorsichtshalber damit was mitnehmen können, geleert. Wir haben aber noch die Helme vom Q-Roller auf. Springen wir in die Rutsche rein. Ich würde sagen, wir nehmen die Rutsche ins Ungewisse, ja. Aber wir sagen auf jeden Fall, dass derjenige, der hinter einem ist, sollte die Waffe runternehmen. Ja. Der Vordere, der kann ja die Waffe gezückt halten. Der Hintere hat die halt vielleicht auch, aber der trägt ja halt dicht am Körper. Das ist halt beim Rutschen nicht irgendwie auszusehen. Ja, also das sowieso, ne? Finger lang am Abzug. Ah, da müssen wir ein bisschen trainieren. Wir haben uns ja schon mit Degen mal diverse Male. Ja. So, okay. Und dann nehmen wir die Rutsche ins Ungewisse. Dürfen die nass werden? Und damit endet das Zombie-Abenteuer von Dirk und Klaus nach einer Stunde, wie es weitergeht. Ja, theoretisch dürfen die nass werden. Ein bisschen Spritzwasser vertragen die. Nee, ich meine aber, wenn ich einmal untertauche. IP 68. Ja, das kommt ein bisschen auf die Waffen an. Aber die Polizeiwaffen, gerade die der Watzerschutzpolizei, sollten das eigentlich abkönnen. Ich habe einen Aal erschossen. Von hinten komplett durch. Ja, gut, dann verbringen wir unseren Lebensabend auf der AIDA, also die letzten Stunden. Das war Folge 69, oder was? Ja. Ja, 70 könnte man ja nochmal vielleicht ans Thema rangehen. Ja, kann man auch machen. Also wissen Sie, wir sitzen erstmal auf der AIDA-Fest, wie es weitergeht, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei Fühnüsse mit Dirk und Klaus auf fühnüssemitdirkundklaus.com.net Wir sind auf allen Podcast-Apps oder auf YouTube. Ja, schreibt uns auch fühnüsseatgmail.com eine Frage. Zum Beispiel, wie geht es weiter? Ja, so ein bisschen wie Bandersnatch hier. Oder addfühnüssepod auf Twitter. Ja, oder macht ein schönes Video von uns auf TikTok, synchronisiert uns dabei beim Tanzen und schickt es, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht mit TikTok. TikTok, ja, irgendwie so. Gut, in diesem Sinne. Kommt gut durch die Nüsse. Bis dann. Haha. Pfff. Pfff. Pfff.